Hey Leute, da sind wir wieder, Zeit für einen neuen Minicast und ich sag an der Stelle mal Hey Benjamin! Hallo Sascha und ich sag an der Stelle Hi Chris! Hi ihr zwei! Ja du hast es verpasst, eigentlich sagen wir doch zusammen Hallo Nee, nicht, heute nicht, heute nicht in Stimmung Okay doch, komm warte, eins, zwei, drei Hallo Chris Gut Hätten wir das auch erledigt Ja, Tradition muss man aufrechterhalten oder man tritt seine Tonne, danke Chris Gern geschehen Wo hat er das nochmal gemacht? Warte mal, ich komm nicht drauf Nee, wir lassen's, Third Time's a Charm sagt man zwar, aber an der Stelle lassen wir's Heute kleiner Minicast und kein regulärer Cast, denn wir haben Chris letzte Woche nach Wien geschickt und haben da mal so ein bisschen das neue Nintendo Herbst Lineup anschauen lassen Richtig, für viele klingt das natürlich jetzt weit, oh Österreich, Wien, ja aber bei ihm ist es fast um die Ecke Ja, ist ja so ein Ösi, wisst ihr? Ja, das dürft ihr nicht vergessen Wenn ihr's noch nicht gehört habt, der Chris ist ein Ösi Und wenn ihr's noch nicht gewusst habt, alle Deutschen, die versuchen, den Wiener Dialekt nachzumachen, die klingen echt schlimm Ja, deswegen versuch ich auch keinen Wiener Ja, aber ganz egal, wenn ihr österreichische Nacht macht, dann macht ihr automatisch Wiener Dialekt nach Aber es stimmt schon, ihr habt mich nach Wien geschickt, das ist zwar bei mir nicht so weit weg Aber es war zum einen, ähm, ja, eine interessante Reise und zum anderen ins tiefste Wiener Ghetto Ja, für dich war's ja eigentlich nur, ähm, ein Vorwand, um mal einen Tag frei zu haben, um Pokémon zu spielen Äh, ja, auf der Anreise und der Abreise, aber zwischendrin hab ich viele andere schöne Sachen gespielt Lass uns erst mal zu den Sachen kommen, weshalb Leute auch einschalten Na dann, was wollt ihr wissen? Äh, wie hat sich das neue Mario gespielt? Äh, 3D Land ist ja, ähm, oder heißt es 3D Land auch? 3D Worlds Oder 3D World 3D World, weil auf dem 3DS, was du jetzt wahrscheinlich noch nicht gespielt hast, weil du ja relativ frisch während, äh, 3DS hast Äh, 3DS hast, ähm, das ist ja quasi der Nachfolger zu dem, was wir da im letzten Jahr gesehen haben Was Benjamin und ich gespielt haben, was, ich glaub, du hast auch gespielt, Benjamin, oder? Ja, ja, 3D Land hab ich auch gespielt Ja, großartiges Spiel, ähm, wie spielt sich's auf der Wii U? Wie sieht's aus? Wie, wie fühlt sich's an? Ähm, Aussehen ist, äh, ganz klar, das ist eines von Nintendos Aushängeschildern, das sieht richtig knackig aus, ähm, die Grafik kann sich sehen lassen, es ist alles flüssig Die Animationen sind toll, der Sound ist stimmig, man kann da in keiner Weise meckern Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, äh, irritiert hat, war die Steuerung, aber das liegt auch daran, ähm, wenn ich dieses Wii U, Gamepad in der Hand hab als Spieler 1 Dann hab ich immer das Bedürfnis, auf dem Bildschirm runterzusehen Wo eigentlich nichts anderes passiert, als auf dem großen Fernseher Und beim Wechsel zwischen nach unten sehen und nach oben sehen, ähm, hast du so eine halbe Sekunde Und dann machst du irgendeinen Blödsinn Hm, okay Wie gesagt, du musst das nicht machen Ich würd's ja eher mit nem Pro Controller spielen oder so Aber, ähm, ja Ich muss auch sagen, ich konnte da auch nur einzelne Level spielen, das heißt, ähm, es war so bei dem Event Du hast dich mit anderen oder mit einem von den Betreuern dorthin gestellt und hast dir ein Level aussuchen können von fünf oder sechs verschiedenen Und, ähm, jeder Level wird mit Punkten abgerechnet, sodass du einen kompetitiven Vergleich hast, wer jetzt besser war, als Beispiel Und, ja, da wurde dann halt alles getan, um den anderen daran zu hindern, besser zu sein, als du Das ist zwar ein ganz schöner Wettkampfgedanke, aber dieses Zusammenspielen fördert's jetzt auch nicht so sehr Aber das war auch schon beim letzten Teil auf der richtigen, also auf der alten Wieso Hast du, ähm, welche der neuen Spezialfähigkeiten gesehen? Denn man hat bisher in Trailern gesehen, wenn du nicht drüber reden darfst, dann ist das natürlich in Ordnung Weil es gibt natürlich bestimmte Aspekte dieses Events, über die du noch nicht reden darfst Auf jeden Fall hat man in Trailern gesehen, dass es zum Beispiel eine neue Spezialfähigkeit gibt, wo Mario sich irgendwie verdoppelt kann Die habe ich, ähm, zwar gesehen Es gab da ein Level, aber da hieß es dann auch gleich, ja, den bitte noch nicht, der kommt dann erst ein bisschen später Äh, ich kann nur sagen, also alles, was neu ist, ist gut Schlicht und ergreifend Okay Nee, ähm, es ist ein Mario-Spiel und auch dieses Mario-Spiel wird zu den besten Spielen auf der Wii U gehören, die rauskommen, Punkt Ja, man muss ja sagen, dass das letzte 3D-Mario-Land auf dem 3DS ist für mich immer noch, ähm, ich glaube, mein Lieblings-Mario Ist für mich eines der besten Marios, was wir jemals gesehen haben, wenn nicht sogar das beste Mario Ähm, deswegen ist es schon so ein bisschen, dass ich, ja, sehr wehmütig da hinblicke, weil ich ja keine Wii U habe und mir auch keine kaufen werde Aber, ähm, das ist so ein Spiel, was ich echt gerne spielen würde, weil dieses Man hat viele neue Elemente in dieses 3D-Land reingebracht Wo ich jetzt echt gespannt bin, wie die dann wirklich mal im Fertigen jetzt auf der Wii U aussehen Ja, und ich habe mir das auch gestern gedacht, ich habe ja ebenfalls keine Wii U, aber nach gestern Abend habe ich mir gedacht Hey, hätte ich ein paar, ähm, Freunde, die regelmäßig hier vorbeikommen würden und mit mir, ähm, solche Sachen spielen würden Dann würde ich mir echt eine Wii U holen Weil so mit Leuten zusammenspielen, also da hält Nintendo so diese alten Werte hoch Das heißt, man setzt sich zusammen auf eine Couch und hat zusammen Spaß und das hat in jedem der Spieler, die wir gespielt haben, funktioniert Hm, nett, ähm, also für mich ist Singster, Lips oder wie sie alle heißen, sind das irgendwie so Partyspiele, wo man halt besoffen in der Ecke rumhampelt und irgendwas la 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 vor sich hin summelt Äh, wenn man aber irgendwie Texte dazu kennen muss, finde ich es irgendwie doof Nee, nee, die Texte musst du nicht kennen, nur die Melodie Achso, dann ist es okay Also die Texte werden dir ganz normal angezeigt, so wie es eben bei einem richtigen Karaoke-Spiel japanischer Art ist Nur hast du nicht wie bei Singster diese auf- und absteigenden Balken oder, ähm, du weißt nicht genau, wie du es was treffen musst Und du kriegst doch überhaupt kein Feedback während dem Spiel, ob du gut oder schlecht singst, das kommt erst ganz am Schluss Das ist aber irgendwie, äh, deutlich angenehmer Ich fand diese, diese Balkenform immer schon recht, äh, nervtötend Also, so wie du es halt vorhin gesagt hast, dachte ich einfach, dass es, ähm, dass du wirklich den Text nachsingen musst Wenn das nach Melodie geht, dann ist, äh, alles wieder tutu bene, jetzt, äh, mach ich aber wieder in dem Gespräch hier mit Nee, und das soll dann, glaube ich, auch der letzte Satz zu Wie Karaoke sein Ähm, es macht wirklich mehr Spaß, weil du, es ist dann mehr Spaß als Spiel Denn du stellst dich da hin, hast vielleicht ein Weinglas in der Hand und das Mikrofon in der anderen Hand Und dann, äh, singst du da einfach vor dich hin und hast jetzt keinen Druck, ich muss diesen Balken treffen Und wie lange muss ich den Ton halten und solche Sachen Also, das war sehr angenehm Und ich hab den dritten Platz in meiner Reicht gestern Oder wie normale Menschen, hast du ein Bier in der Hand anstatt ein Wein Ja, ich war der größte Reich, Sascha Ja, ich weiß, ihr seid alle so ein bisschen etepetete Das ist wie mit Studenten, das ist genau dasselbe Ha, dann trinken wir ein Weinchen zusammen Apropos Wein, da darf ich jetzt noch eine schöne Anekdote erzählen von gestern Denn Nintendo hat es geschafft Bei der Location Ähm, an der schmalsten Stelle auf der linken Seite Ähm, wie Sports Club aufzubauen Und auf der rechten Seite Ähm, wie Fit You aufzubauen Und ich hatte gestern Ein einziges Mal Ein Glas Rotwein in der Hand Bin durchgegangen und auf der linken Seite Wurde Tennis gespielt und auf der rechten Seite Ähm, hat gerade jemand Irgendeine Übung gemacht, in der man Irgendwie Hula Hoop tanzen musste Ich bin dem Rückhandschwung des Tennisspielers ausgewichen Hab dafür, ähm, vom Hula Hoop Spieler Äh, ja, den Wie sagt man das? Den Popo Auf das Weinglas bekommen Und schon war einer der Nintendo Mitarbeiter Mit Wein geduscht Großartig Du hast danach bitte gesagt, du kamst von Gameswelt oder sowas, ne? Ne Ähm, der Mitarbeiter hat gesagt Ach, nicht schon wieder Ist schon das dritte Mal heute Hu, Glück gehabt Und dann haben Wenn zukünftig keine Einladungen mehr kommen Wissen wir, Chris ist schuld Ne, Chris ist schuld Ne, und dann haben wir uns aber darüber unterhalten Dass das vielleicht nicht so die optimale Planung war Sag doch mal ein bisschen was über Boah, das ist schwierig Mario und Sonic Ja, das dachte ich mir auch Was gibt's denn so an Spielen da? Okay, äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen Ist im Prinzip jetzt auch nicht so viel anderes als sie's Zum Beispiel auch bei den Sommerspielen gemacht haben Ähm, ich hab jetzt auch nicht so viel gespielt Was ich gespielt hab, war einmal so ein ganz profanes, äh, Bobfahren Das schon mal Isonic viel Spaß gemacht hat Was lustig war, war, ähm, entgegen aller Annahmen Eiskunst laufen im Paartanz Denn, ähm, ich weiß nicht, ob wir das im, im Video auch sehen Dass da hinterlegt sein wird Ähm, ein Pärchen hat das gemacht Und da musst du wirklich so Moves machen Wie dich einhängen und im Kreis drehen Und so seltsame Dinge Aber das Beste ist, ähm, es gibt, äh, Fantasy-Disziplinen Und da gab's zum Beispiel, ähm, ähm, äh, Bobfahren Gekreuzt mit Achterbahn What? Das klingt interessant Ja, und das ist nur eine von diesen Disziplinen Das heißt, ähm, du hast dort eine Achterbahnstrecke Und musst eben dort mit denselben Bobfahrmechanismen runterbrettern Oder eben rauf Oder eben Looping oder über Sprungschanzen Und whatever, also das hat echt Spaß gemacht Und dann War das 3DS oder Wii U? Ne, das ist Wii U Okay Aber gibt's, glaube ich, auch für den 3DS-Coms? Das wird auch für den 3DS-Coms Allerdings nicht ganz genauso Da die Steuerung dann ein bisschen anders ist Aber da werden sie sich schon was einfallen lassen Ähm, war denn, äh, das ist für mich die wichtigste Frage Bei Winterspielen Curling dabei? Ja, Curling war dabei Sein Lieblings-Nicht-Sport, den's gibt Äh, und auch noch Und auch noch Fantasy Curling Ja, unterhaltet ihr euch mal ganz kurz weiter Ich muss mir eben kurz die Katze füttern Ich bin gleich wieder da Ah, das ist immer wieder goldig Ähm, ja, ähm, was mich da jetzt interessiert Sind das dann so, äh, diese Fantasie-Sachen Sind das Sachen, die du dir selber ausdenken kannst Oder auch Sachen, also die du dir selber irgendwie so zusammenpacken kannst Dass du sagst, okay, du möchtest jetzt Bob, äh, gepaart mit Achterbahn machen Was so vorgefertigt ist Oder, ähm, sind das einfach schon so Sachen, die integriert waren? Ne, das sind nur, ähm, ich weiß gar nicht wie viele Disziplinen Aber die sind alle vorgefertigt Wäre ansonsten auch ein bisschen vielfältig Denn wenn du rechnest, es gibt so 10, 12 Disziplinen Und dann jede mit jeder kreuzen Und dann kommt wieder was Neues raus Das wird, glaube ich, den Rahmen ein wenig sprengen Ja, man muss ja nicht jeder mit jeder kreuzen können Aber so einige fände ich ganz lustig Wenn zumindest die Möglichkeit bestehen würde Also so Curling auf einer Achterbahn Oder Curling, ähm, ja, mit einem Snowboard gepaart Fände ich eigentlich auch ganz lustig Ne, ich glaube, ich habe das zwar nicht gesehen Aber ich glaube, Curlinge haben sie da irgendwie zusammen gemacht Mit Bomben und Explosionen Ui, das ist was für Sascha Jetzt wird so langsam, oder jetzt geht es auch für mich So langsam in Richtung Sport Kaum explodieren Sachen, ist es für dich wieder was, ne? Ja, natürlich Du kannst mir nicht erzählen, dass Curling interessant ist Also Entschuldigung, für jeden, der sich Curling interessiert Curling ist super spannend Mega Ich kann auch einer Katze dabei zugucken Wie sie sich 8 Stunden am Tag leckt Das kann Sascha auch Wenn du drauf stehst Wenn du drauf stehst Ich meine jeder, jeder, was seine Vorlieben sind Nett Was hatten wir noch? Zelda Ja, Zelda Link Between Worlds Ist im Prinzip jetzt nichts allzu aufregendes Die Grafik ist am 3DS natürlich auch wieder ein bisschen besser Das neue Feature an dem Spiel ist Dass sich Link quasi in so ein Graffiti an der Wand verwandeln kann Und dann an den Wänden lang Ja, hangeln ist ja nicht das richtige Wort Und der läuft an der Wand entlang So als Kohlezeichnung Und in dem Fall Wir durften nur von Anfang an spielen Das heißt, ich habe halt den Bis ins erste Dungeon habe ich gespielt Da funktioniert alles recht gut Bis auf dass man schon gleich am Anfang Du hast am Anfang dein Schwert Dein Pfeil und Bogen Und einen Hammer Was danach noch alles an Zusatzfertigkeiten kommt Einiges ist ja schon bekannt Und im Prinzip ist es bei Zelda eh auch immer das gleiche Aber Was ich mich gefragt habe Hast du damals A Link to the Past gespielt? Ja, klar Kommt das alte Feeling auf? Weil es ist ja schon so Naja, das nächste dran an A Link to the Past Was wir in vielen Jahren bekommen haben von Zelda Also Wenn man von Anfang an startet Dann hat man alleine schon mal das Gefühl Weil das Setting kommt einem sehr bekannt vor Und sie haben auch die Umgebung ganz gut übernommen und erneuert Es ist ein bisschen unterschiedlich Und der Sound hat mich irgendwie Also ich hätte den Sound lieber noch ein bisschen Ja, altertümlicher klingt das ein bisschen seltsam Aber der war mir zu modern, muss ich ganz ehrlich sagen Aber ansonsten Nein, Entschuldigung Wie Ne, ich wollte nicht reinreden Ich wollte nur fragen, wie der 3D-Effekt rüberkam Weil man konnte ja schon einen Trailer anschauen Ich weiß nicht, Benjamin Hast du die Trailer mal runtergeladen auf dem 3DS? Ne, bisher nicht Mein 3DS liegt ja auch mittlerweile eher in der Ecke Als dass irgendwas anderes damit passiert Da konnte man, wie gesagt, da konnte man sich runterladen Und ich fand, das 3D kam ziemlich gut rüber in dem Spiel Gerade durch diese Sicht natürlich, die ihr oben auf Link drauf hast Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel Wie 3D funktionieren kann Und das wäre auch eher etwas, wie Sich viele vielleicht den neuen Pokémon-Teil in 3D vorgestellt hätten Aber Ne, in dem Fall Es ist ein wunderbares 3D Man Selbst ich bekomme davon Keine Augen mehr Das heißt, ich vertrage ja 3D nicht so gut Ja, man Es funktioniert aber genauso gut, wenn man den 3D-Effekt ausgeschaltet hat Also Dann spielt es sich wie ein Wie ein altes Zelda in HD Und mit 3D-Effekt hat das aber dann noch eine zusätzliche Tiefenwirkung Und was mich da auch noch ganz besonders Oder was mir aufgefallen ist, war die Farbgebung von dem Ganzen Denn Man ist zwar dieses quietschbunte relativ gewohnt von Nintendo-Titeln Aber bei Zelda haben sie das Ganze ein bisschen zurückgefahren Und das hat irrsinnig stimmig auf mich gewirkt Klingt gut Also ich muss zugeben, die letzten Trailer, die ich gesehen habe, haben mir so gar nicht gefallen Gerade so das Charakterdesign von Link Das wirkt mir alles zu Zu putzig, zu niedlich War jetzt nicht so ganz mein Fall Aber auf das Spiel selbst freue ich mich dann doch wieder sehr Aber so im Großen und Ganzen Wenn wir jetzt mal so Resümee ziehen Ist das jetzt so ein Ich meine, du hast ja im Grunde genommen das komplette Herbst-Line-Up von Nintendo gesehen Ja War es jetzt sowas, wo du sagen würdest Das hätte wirklich jetzt irgendwie dazu bringen Lassen wir jetzt mal Pokémon aus der gleichen raus Weil es ja nicht gezeigt wurde, weil es ja raus ist Aber wäre das jetzt was, wo du dir sagen würdest Naja, nachdem ich die Spiele gesehen habe Würde ich mir ein 3DS oder vielleicht eine Wii U kaufen Nein Nur was ich mir am Nachmittag gedacht habe ist Aber ich würde mir verdammt nochmal den 2DS kaufen Denn den durfte ich auch in der Hand halten Oh Gott Und bei mir war es ja so Ich hatte mir ja am Freitag Pokémon gekauft Und wollte mir ein 2DS kaufen Gab es aber nicht bei uns Also habe ich mir ein 3DS XL gekauft, nur damit ich spielen kann Gott sei Dank Ja, aber jetzt hatte ich dann eben den 2DS in der Hand Weil sie ihn als Türstopper genutzt haben, damit alle reinkommen Ganz ehrlich, das Ding liegt extrem gut in der Hand Ich habe ihn auch in der Hand gehabt In meinen Händen liegt es gut Die Verarbeitung ist gut Man kann nicht meckern für den Preis Schön relativiert Ja, aber das Problem ist ja einfach kleinerer Bildschirm, kürzere Akkulaufzeit Also ist dem XL einfach so sehr unterlegen Ja, ist schon klar Das einzige Argument ist dann echt der Preis Aber jetzt als Beispiel Alle Spiele auf dem 3DS wurden auch auf richtigen 3DS beim Nintendo Event gezeigt Also kein XL am Start Und ich kannte ja den normalen 3DS noch nicht Ich hatte nur den XL bisher in der Hand Dann habe ich mich hingesetzt und mir gedacht Ach du Scheiße So kleine Bildschirme, wie soll man da spielen können? Also den hätte ich mir auch nicht gekauft Ja Ja und der Bildschirm ist ja so groß wie beim normalen Der Bildschirm von wem? Der Bildschirm vom 2DS ist so groß wie der glaube ich vom normalen 3DS Das ist nicht der XL-Bildschirm bei dem 2DS Ne, ist es auch nicht Aber es fällt einfach nicht so auf Weil dadurch, dass das ganze Ding nicht klappbar ist Sind die Proportionen irgendwie ganz anders Und also, ja Nein, die richtige Antwort jetzt gewesen Es fällt nicht so auf Weil der 2DS eh unter der Tür steckt Oder an den Buchrücken klemmt Also ihr könnt sagen, was ihr wollt Ich würde mir den 2DS Hätte ich ihn zur Verfügung gehabt Als ich etwas von Nintendo kaufen wollte Hätte ich ihn mir gekauft und hätte es nicht bereut Naja, muss ja auch jeder selbst wissen Hauptsache man spielt die tollen Spiele Ganz genau Genau Sonst noch irgendwas, was du uns mitteilen willst vom Event Bevor wir das hier zum Abschließen Zum Abschluss bringen Ja, das Einzige, was ich sagen kann Ist vielen Dank an Nintendo in dem Fall Und an dich, Sascha natürlich Weil du das organisiert hast Ach, shut up Nee, aber es war eigentlich wirklich lustig Es war so wie eine Party Zu der man wirklich gerne hingeht Weil selbst auf der Rauchpause Wird dann sich in Spoilern Über Beyond Two Souls unterhalten Und über Gott weiß welche Spiele geschimpft Und man trifft mal die ganzen Leute Die man sonst nur aus Podcasts Und von Websites kennt Also das war dann schon ganz lustig Und angenehm Gut, dann wie Chris schon sagt Geht unser Dank nochmal an Nintendo Für die schöne Einladung Für den schönen Tag Den Chris verbringen durfte Und ja, diejenigen Die den Podcast jetzt auf den Ohren haben Die können jetzt ausschalten Die anderen haben Die das Ganze auf YouTube schauen Haben hoffentlich ein bisschen was In bewegten Bildern gesehen Denn Chris, ihr habt es ja gesehen Hat schön gefilmt Und tolle Aufnahmen da gemacht Und wir hoffen Das war mal wieder eine kleine Video- oder Audioausgabe Je nachdem wie ihr es konsumiert Die euch gefallen hat Tschüss, ihr Jungs Ich dachte, Chris sagt jetzt noch was Aber gut, dann wünsche ich euch auch einen schönen Abend Tschüss Ja, und das Beste kommt zum Schluss Deswegen sage ich auch Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020